Red, wir lieben Stars. Ich freue mich seit einem Jahr auf das Interview mit dir. Wir lieben Style. Wir lieben Geschichten, die bewegen. Und wir suchen dich. Du willst redaktionell in die Welt der Stars eintauchen? Du musst Vivien sein. Du bist zu schön, um dich loszulassen. Das Leben der Superreichen und ihr Erfolgsgeheimnis faszinieren dich? Heute sind wir in Bel-Air, in der teuersten Villa der ganzen Welt. Du willst bei den erfolgreichsten Shows wie Germany's Next Hopmodel, The Masked Singer oder The Voice of Germany live dabei sein? Und du willst spannende Menschen kennenlernen? Und ihre emotionalen und einzigartigen Geschichten erzählen? Dann bist du bei uns genau richtig. Ja, und das erwartet dich bei Red. Als Redakteur oder Redakteurin bist du Teil unseres leidenschaftlichen Teams und arbeitest per Du, ohne Dresscode und auf Augenhöhe mit engagierten, kompetenten und kreativen Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Senderfamilie. Für unsere exklusiven Reportagen fliegst du um den ganzen Globus. Bist auf den angesagtesten roten Teppichen der Welt wie der Oscar-Verleihung zu Hause. Drehst du mal einen Film in Berlin? Würde ich sehr gerne. Und erlebst jeden Tag neue Abenteuer. Du brennst für die Promi-Welt und willst dabei sein? Dann bewirb dich jetzt! Alle Infos findest du auf unserer ProSiebenSat.1-Karriere-Seite. Wir freuen uns auf dich! Bye, bye! Bis zum nächsten Mal!